Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo und willkommen zu unserem Spiel. Hallo, ich bin Philipp und ich heiße euch herzlich willkommen in unser Theaterstück. Hallo und ganz viel Spaß mit unserem Stück. Hallo, herzlich willkommen und viel Spaß. Hallo, mein Name ist Anna May und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Theaterfilm. Du kannst entscheiden, wie die Geschichte verlaufen wird und deine Entscheidungen werden die Geschichte lenken und machen sie zu deiner Version. Du bist hier die Hauptperson. Es geht um dich. Du schaust durch deine Augen und es dreht sich alles um dich. Wir laden dich ein, dich eine halbe Stunde lang nicht abzulenken, sondern in einen wunderbaren Film eintauchen zu lassen. Wenn du willst, kannst du all die Geräte, die du nicht brauchst, ausschalten oder auf Stumm stellen. Mache das Licht aus, nimm die Kopfhörer und versinke mit uns in die Geschichte. Und ganz viel Spaß mit unserem Stück. Und versinke mit uns in die Geschichte. 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 Das war's.